Ich bin Florali Thiemann und ich spiele im Film Tiger Michtinini, der hier auf dem Filmfest München läuft. Und der Film ist auf jeden Fall sehenswert, weil einfach Berlin aus der Sicht der Jugendlichen gezeigt wird und der viele Themen beinhaltet, die sehr aktuell sind, aber auch sehr wichtig, sowas wie Freundschaft, das Erwachsenwerden oder Integration und Abschiebung und einfach das Leben von verschiedenen Kulturen und Charakteren zusammen. Also ich bin Emily Kusche, ich bin 15 Jahre alt und bin auch mit dem Film Tiger Michtinini auf dem Münchner Filmfest und ich spiele in dem Film die Jamila. Und man sollte sich den Film anschauen, weil gerade das Tolle ist, dass der Film auf so einer realistischen Ebene spielt und die Jugendlichen jetzt alle in unserem Alter sich da wirklich total hineinversetzen können in die Geschichte teilweise, wie die Jugendlichen ticken, was die gerade für Probleme haben und das kann man super nachvollziehen in dem Alter. Vielen Dank.